2 Zürcher 2 Zürcher 2 Zürcher Bist du eine Bauer? Ich habe die Zusage bekommen, dass ich hier arbeiten durfte. Hallo? Was ist das? Ja, Rain, Waves, kommt, bringt den Scheiss. Danke. Jetzt kommt der Krampf. Ich weiss es nicht. Ich muss wirklich überlegen. Ich habe nur Scheisse gelagert. Was habe ich vorher überhaupt gesagt? Ich weiss es schon gar nicht mehr. Ziemlich weit weg. Also ich weiss nicht, dass es fällt aus. Kuhfälder sind super, super schön. Haben Sie noch ein bisschen Gin reingelägt? Was darf ich dazu erzählen? Kommen Sie alle vom Ginablon? Aui, wie süß!